Musik Am 23. und 24. März öffnete die Fachhochschule St. Pölten ihre Türen für alle Studieninteressierten Schüler und Schülerinnen. Bei den Ständen konnte man sich über verschiedene Studienrichtungen, Campusmedien und vieles mehr informieren. Musik Neben zahlreichen Informationsständen konnte man im Videostudio sein Können bei einer Live-Show unter Beweis stellen. Musik Im neu ausgestatteten Audiolabor war es möglich, sich einen Eindruck zu machen, wie Musik produziert wird. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020